Gewissermaßen müssen wir das machen, weil mit zwei Attacken auf unseren Stegozeratops sind wir tot. Und wenn er einen Crit kriegt, haben wir verloren. Ich hasse euch, Lydia. Aber er hat normalen Angriff eingesetzt. Er hat nicht mal meinen Schaden. Ich flippe aus! Jetzt hat der einen Megalosaus, der Gegenangriff hat. Oh Gott! Alter, diese Bitch hier. Weg mit dir. Gestunt, Alter. Level 15, euplodo. Ja, Junge. Wahrscheinlich, Alter. Können sie eigentlich mit dem Konterangriff kritten? Das würde ich... Ich sag's und er macht's. So, diesmal gehe ich dafür. Und jetzt zwoppt er. Leute, schaut, das ist die Folge. Perfektes Beispiel. Ich frag vorhin nach dem Crit nach. Krieg kaum den Crit. Sag, oder geh davon jetzt aus, dass er diesmal nicht zwoppt. Erstmal, er zwoppt. Beste Runde schon wieder. Kampf und Flucht. Danke dafür. Level 18? Nein, ja. Habe ich auch immer wieder dabei, Jungs. Alter, der Junge nervt mich. Komm, wir stun ihn nochmal. Ja, geil. Komm, wir stun ihn nochmal, Jungs. Schade. Oh, stimmt, wir dürfen ja nochmal. Wir stun dich nochmal, Kollege. Halter mal. Wir können jetzt noch gewinnen. Nicht wechseln. Nicht wechseln, Kollege. Arschloch. Bitte nicht allzu viel Schaden. Wir sind tot. Wenn er jetzt plus 50% Schaden macht. Ja. Oh, nein. Ja, wir haben es auch geschafft. Sehr schön. Boah, sogar ein Crit. Ich bin blöd. Habe ich gerade mich wieder verrechnet, oder was? Geil. Danke dafür, Alplali. Dann werden wir bei Armour mal gucken. Ist ja schneller dran. Wilder Stoß. Eluciraptor. Los, rein mit dir. Oh, bitte sind wir höher. Bitte. Kann man... Kann man aufgeben? Ich glaube nicht. Crit, bitte. Erdmon. Diesmal kein Betrug. Bitte. Level 16 ist ja noch machbar. Ich glaube, er könnte uns sogar töten, ne? Ja. Nicht wechseln. Junge, nicht wechseln. Passt. Du bist tot. Oha. Ja. Mit dem Standardangriff 1100 Schaden. Dafür kriegst du ein Crit rein, du kleines Kind, ey. Das passt. Wir machen genügend Schaden, um ihn zu töten. Es ist trotzdem hart lächerlich bisher gewesen, wenn du wieder mich fragst, ey. Kein Wort dazu. Das ist irgendwie komisch. Ist doch keine Dopp... Er ist ausgewichen. Sind wir jetzt tot? Ich sag's euch, wenn der jetzt hier ausweicht, wir... Es war jedenfalls nicht deine Schuld. Wenn du dodged. Bitte. Nicht dodgen. Bitte nicht dodgen. Wir haben verloren. Außer er dodged. Frage ist, ob er jetzt wechselt oder nicht. Ist eigentlich relativ irrelevant. Weil selbst wenn er wechselt, der kriegt halt ein Save-It. Und ich wäre wahrscheinlich schneller, weil ich glaube jetzt nicht, dass er wieder Zrapp da dabei hat. Aber er hat nicht gewechselt. Also ist alles okay. Wenn man vom Teufel spricht. Und wenn er jetzt nicht seinen Sprung einsetzt, ne. Wenn er ihn jetzt nicht einsetzt. Komm bitte. Jeder Depp würde ihn jetzt einsetzen. Verarsch mich. Das Gute ist, jetzt können wir mit unserem T-Rex vor ihm angreifen. Halt. Es ist nicht gut, weil... Er kann jetzt seinen Ansturm einsetzen und tötet uns damit instant. Ich bin ein Idiot, Alter. Ich bin ein Idiot. In der Tat. Ach du Kacke. Ja. Oh. What? Bitte heil nicht allzu viel. Oh Gott. Tötet wir ihn überhaupt? Ich glaube nicht. Och scheiße. Aber wenn er jetzt nicht hier einen Crit reinhaut. Du Asluck. Ich glaube wir können es trotzdem noch gewinnen. Ich glaube wir können es trotzdem noch gewinnen. Ihn killen wir jetzt. Im nächsten tanken wir dann. Vielleicht kommt ja jetzt noch Rexy raus und... Keine Ahnung. Ist nochmal viel krasser. Du Hurensohn. Du Hurensohn. Du Hurensohn. Du Hurensohn.